Wenn sich im Wettbewerb zueinander stehende Unternehmen über ihr Wettbewerbsverhalten austauschen oder ihr Verhalten abstimmen, indem sie zum Beispiel Absprachen bezüglich des Preises oder der Gebiete treffen, dann nennt man dies ein Kartell. Da solche Kartelle dazu geeignet sind, den Wettbewerb zu verhindern, zu beeinträchtigen oder zu verfälschen, sind sie verboten.